Fantastisch, Schluss, Mann! Das ist ein bisschen garantierter, wenn du aufgehst, dann kommt der mit Göttern nicht so gern. Guten Tag! Habt ihr kurz zwei Minuten Zeit für zwei Fragen? Mitten im Proben, ja. Wunderbar. Wer seid ihr denn? Wie heißt ihr? Wie heißt eure Band? Ja, mach du mal. Komm mal her, mach du mal. Das Mikro ist zu schlecht. Wie? Leiser. Also nicht lauter, sondern? Leiser. Wunderbar, leiser. Und was spielt ihr so für Musik? Lady Marmalade haben wir gerade gehört. Ja, ist quasi ein Cover-Medley, geht etwas über eine Stunde und komplett 60 Songs am Stück in einem Medley zusammengefasst. Wunderbar, wozu ist das gut? Ja, es wird zum Beispiel jetzt am 3. September eine Party in der Linse geben, wo das ganze Ding einfach mal aufgeführt wird. Ist eigentlich eine Spaßgeschichte gewesen, hat sich ein bisschen verselbstständigt und im Grunde stehen dann noch 3 Sänger vorne. Also ein Hip-Hop, eine Sängerin und ein Sänger. Und ja, wird eine Menge Spaß passieren. Ist ja wunderbar, das heißt ein Spaßprojekt, ihr kommt eigentlich aus anderen Bands. Genau. Nämlich? Nämlich The Season Standard, Offen Hate, Alex spielt noch bei Big Ride, Ronald momentan bei Nischt, aber hat auch schon diverse Sachen durch. Also ja.